Mein Name ist Pascal von Gunten und in diesem Video zeige ich dir, wie deine Glaubenssätze maßgeblich deinen Erfolg oder Misserfolg beeinflussen. Ich bin unterwegs als Private Coach für Führungskräfte aus der Wirtschaft und helfe Ihnen und Ihren Unternehmen dabei, über sich hinaus zu wachsen. Wenn jemand nun denkt, das ist so eine Thematik für die Psychofreaks oder für die Softies oder für die Leute, die so eine Spürst du mich, Fühlst du mich Kultur leben möchten, weit gefehlt. Solche Aussagen hört man von rational denkenden Leuten im Markt draussen. Und wenn ich da draussen bin, dann muss ich feststellen, dass wir viel zu wenig Leader im Verhältnis zu den Managern haben. Leader arbeiten mit Menschen und Gefühlen und Manager mit Daten und Fakten. Und um es vorwegzunehmen, es braucht tatsächlich beide. Doch gehen wir nun zum Thema. Was ist eigentlich Erfolg? Und wenn wir von Erfolg sprechen, dann denken wir doch immer zuerst an Geld, Reichtum, Prestige. Doch wenn wir mal nachschauen, was das Wort Erfolg wirklich bedeutet, stossen wir auf eine Erklärung wie ein positives Ergebnis aus Bemühungen. Und das zeigt ja schon auf. Erfolg ist wesentlich mehr als einfach nur Geld, Reichtum und Prestige. Und wenn du dich mal fragst, in welchen Bereichen bin ich wirklich erfolgreich, wirst auch du Bereiche finden, die mit Geld überhaupt nichts zu tun haben. Und frag dich weiter, in welchen Bereichen möchte ich denn so wirklich erfolgreich sein, noch erfolgreicher werden. Und dann wirst du relativ schnell herausfinden, dass du dazu aktiv werden musst. Du musst handeln. Erfolg entsteht also aus Handlung. Wenn du ins Handeln kommst, wenn du aktiv wirst, dann schau, dass deine Handlungen effizient und effektiv sind. Effizient heisst, die Dinge richtig tun. Und effektiv heisst, die richtigen Dinge tun. Und das Schlimmste, das absolut Schlimmste, was du tun kannst, ist permanent Ideen, Pläne, Aktivitäten zu beginnen, anzureissen und nicht abzuschliessen. Erfolg entsteht im vollkommenen Abschliessen deiner Aktivitäten. Wenn wir uns weiter fragen, können wir uns überlegen, warum soll ich überhaupt handeln? Was ist eigentlich der Treiber hinter unseren Handlungen? Handlungen. Handlungen entstehen aus Emotionen. Unser Handeln basiert also auf unseren Emotionen. Auf dem guten Gefühl. Dem Gefühl zu wissen, dass man das Richtige tut. Und das kennt ihr alle. Dieses Dilemma zwischen Kopf und Herz. Der Kopf sagt, ich habe noch nicht genügend rationale Fakten und Daten. Das kann noch nicht umgesetzt werden. Und der Bauch sagt schon lange, tu es, tu es, es fühlt sich richtig an. Mach es einfach. Der Bauch liegt fast, fast immer richtig. Doch wer sagt dem Bauch, was richtig oder falsch ist? Oder welche Emotionen und Gefühle er ausstrahlen soll? Die Basis für unsere Gefühle und Emotionen liegt in unserem Denken. Unsere Gedanken bestimmen also, was wir fühlen. Und unsere Gedanken entstehen aus den Erfahrungen und Gewohnheiten der Vergangenheit. Nun, wenn wir die heutige aktuelle Situation betrachten, dann dürfte auch relativ schnell klar sein, dass unsere Erfahrungen und Gewohnheiten aus der Vergangenheit nicht unbedingt das Erfolgsrezept für die Zukunft sein werden. Und wenn wir noch nicht erfolgreich sind in unserem Leben, darf man sich ebenfalls hinterfragen, ist es denn richtig, weiterhin auf meinen Gewohnheiten und Erfahrungen zu basieren? Wenn wir also erfolgreich sein wollen, dann müssen wir zuerst unsere Gedanken ändern. Doch wie tun wir das? Die Gedanken basieren auf unseren Glaubenssätzen. Um also unsere Gedanken zu ändern, müssen wir zuerst hingehen und unsere Glaubenssätze verändern. Unsere Gedanken entstehen also aus unseren Glaubenssätzen. Und unsere Glaubenssätze entstanden so im Alter zwischen 0 und 7 Jahren. Unsere Eltern oder unsere Hauptbezugspersonen haben uns ihre Art und Weise des Lebens vorgelebt. Ihre Denkhaltung hat uns geprägt. Und daraus sind positive und negative Glaubenssätze entstanden. Die positiven, die kann man stärken. Und die negativen, das sind diejenigen, die uns heute vielfach im Wege stehen, wenn es um das Thema Erfolgreichsein geht. Das können sein zum Beispiel, ich schaffe das nicht allein. Ich genüge nicht. Ich bin schwach. Ich bin von dir abhängig. Und so weiter und so fort. Und das Positive ist nun, dass diese negativen Glaubenssätze aufgelöst werden können. Wir haben also gelernt, dass unsere Glaubenssätze unsere Gedanken bestimmen. Unsere Gedanken lösen unsere Emotionen aus. Unsere Emotionen sorgen für entsprechende Handlungen. Und die Handlungen bestimmen darüber, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Nun hoffe ich sehr, dass es dir gelingt, an dir selbst zu arbeiten. Dass ich dir ein Werkzeug an die Hand geben konnte, das dir ermöglicht, erfolgreicher durchs Leben zu gehen. Falls du dich über die Thematik vertiefen möchtest, kontaktiere mich einfach. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jedes Daumen hoch oder einen Kommentar oder schreibe eine E-Mail. Ganz wie es dir passt. Bis zum nächsten Mal.